Hallo liebe Jabla-Schüler! Heute geht es um den deutschen Einbürgerungstest. Beim Einbürgerungstest gibt es zu jeder Frage vier mögliche Antworten. Ich sage euch nur die richtige Antwort. Es kann losgehen! Wann kann in Deutschland eine Partei verboten werden? Wenn sie gegen die Verfassung kämpft. Deutschland ist ein Bundesstaat. Was ist Deutschland nicht? Eine Monarchie. Wen kann man als Bürger oder Bürgerin in Deutschland nicht direkt wählen? Den Bundespräsidenten oder die Bundespräsidentin? Die deutschen Gesetze verbieten Ungleichbehandlungen der Bürger und Bürgerinnen durch den Staat. Wer wählt in Deutschland die Abgeordneten des Bundestages? Das wahlberechtigte Volk. Was ist mit dem deutschen Grundgesetz vereinbar? Mit welchen Worten beginnt die deutsche Nationalhymne? Einigkeit und Recht und Freiheit Was ist die carbonste und Liebe bei der Gesellschaft? Was ist die根 buradan? Die Menschen ist eine gute Frage Shoulderstank? Mit falschen Freiheit. Was ist eine gute Lage? Die Gesellschaft ist in Deutschland. Was ist die Weltkrankung? Die Weltkrankung ist in Deutschland. Was ist die Weltkrankung? Wie ist die Weltkrankung? Die Weltkrankung? Die Weltkrankung ist in Deutschland. Hier ist die Weltkrankung, die Gesellschaft zu bringen. Womit finanziert der deutsche Staat die Sozialversicherung? Sozialabgaben Wer bestießt in Deutschland ein neues Gesetz? Das Parlament Wann ist die Meinungsfreiheit in Deutschland eingeschränkt? Bei der öffentlichen Verbreitung falscher Behauptungen über einzelne Personen. Welches Grundrecht gilt in Deutschland nur für Ausländer und Ausländerinnen? Das Grundrecht auf Asyl Welches Tier ist das Wappentier der Bundesrepublik Deutschland? Der Adler Was hat jedes deutsche Bundesland? Eine eigene Regierung Welche Maßnahme schafft in Deutschland soziale Sicherheit? Die Krankenversicherung Der deutsche Staat hat viele Aufgaben Welche Aufgabe gehört dazu? Er baut Straßen und Schulen Zu welcher Versicherung gehört die Pflegeversicherung? Zur Sozialversicherung Die Pflegeversicherung Die Pflegeversicherung Die Pflegeversicherung Vielen Dank.